Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich gerade euch meinen Homescreen zeige von meinem Telefon. Ich hab extra mein Android-Telefon mal geschnappt. Wir öffnen mal Clash of Clans und es ist wahrscheinlich einigen von euch schon aufgefallen. Zumindest den Leuten, die auf einem Android-Gerät spielen und das Spiel auf der aktuellsten Version haben. Moment, wir gucken mal drauf, was passiert. So, wir öffnen das mal. Und da kommt eine große Zähne mit einem kleinen Kuchen, beziehungsweise so ein kleiner Kuchen ist es ja gar nicht. Es ist ja eigentlich ein etwas größerer Kuchen. Und die Frage ist ja nun, was hat das zu bedeuten und was können wir da überhaupt erwarten? Steht ein Update vor der Tür? Wird Clash of Clans 10 Jahre alt? Was hat es damit auf sich? Wir gucken mal drauf. Okay, während wir diesen Angriff sehen, kann ich es euch ja sagen. Supercell wird, ich glaube 16. Mai ist es. Am 16. Mai wird Supercell 10 Jahre alt, aber das muss ich gerade nochmal checken. Ich habe extra, weil ich ja schlau bin, habe ich die Wikipedia-Seite geladen von Supercell. Habe aber nicht daran gedacht, dass in der deutschen Seite gar nicht der Tag genau steht. Ich habe es aber gerade nochmal nachgeguckt. Am 16. Mai 2010 in Helsinki, Finnland wurde das schöne Unternehmen Supercell gegründet. Ilka Panaman ist der CEO und der Entwickler ist quasi tätig für Free-to-Play. Hier steht Free-to-Play-Online-Spiele. Wir wissen, es sind Free-to-Play-Mobile-Games. Supercell fing im Jahr 2011 an, Spiele zu entwickeln. In diesem Jahr investierte Ersel Partners 12 Millionen Dollar in Supercell. Ui. Oh, ganz interessant. Mal ein bisschen, ähm, mal ein bisschen so in die, in die, in die Geschichte reinzugehen. Das erste Spiel, das Supercell veröffentlichte, war 2011 das Browserspiel Gunshine.net. Dies war ein Vorläufer zu Supercells zweitem Spiel Battle Buddies, welches 2012 als Mobile-App LOL, als Mobile-App herausgegeben, das wusste ich gar nicht. Battle Buddies, krass. Dieses Spiel verschwand jedoch sehr bald wieder von der Bildfläche aufgrund des mangelnden Verkaufs, wobei das Spiel bis zur Einstellung überwiegend positive Kritiken erhielt. Krass. Krass, krass, krass. Im Jahr 2012 folgten die beiden Online-Spiele Heyday und Clash of Clans. Also, okay, danach ist, äh, das ist, danach ist die, das ist ja eine, äh, einmalige Erfolgsgeschichte, was danach folgte. Ich glaube aber, Heyday war ja sogar vor Clash of Clans da. Das wissen viele nicht, dass Heyday älter ist als Clash of Clans. Ja, krass. Krass, krass, krass. Ich hab jetzt mir gerade mal die Seite geschnappt. Ähm, äh, ja, im, im Mai 2012 wurde Heyday rausgebracht. Krass. Ja, es ist so, ähm, so ein bisschen so, ähm, sie schreiben, das ist so die Version von Supercell von dem Spiel Farmville. Also, im Endeffekt haben sie Farmville so ein bisschen übernommen, natürlich auch abgeändert. Und dann kam natürlich irgendwann, äh, Clash of Clans, muss man sagen. Und dann war es, ja, dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Beziehungsweise, dann war es, ähm, dann war die Erfolgsgeschichte perfekt. So kann man das ja sagen. Ah, krass. Ich kann nicht, ich gucke, ich gucke mir gerade meine Spiele an von Supercell, die sie da so rausgebracht haben mit der Zeit, während wir jetzt hier mal ein bisschen schneller schalten. Ähm, also Gunschein. Later known as Zombies Online. Das war 2011. 2012 gab es aber noch Pets vs. Orcs. Was war das denn? The company's first mobile game. It was downloadable for a little over a month in 2012. Also, äh, man konnte es nur für etwa, etwas über einen Monat runterladen. Danach gab es Battle Buddies. Danach gab es Heyday. Äh, 21. Juni 2012. Supercell released Heyday on IOS. Und dann, 2. August 2012. Der Tag, der unser Leben für alle, für alle Zeiten verändert hat, während ich jetzt auf jeden Fall noch mal einen Angriff machen muss. So. Er hat noch kein Leaker-Symbol. Und wir gucken mal drauf. Habe ich überhaupt Sound? Habe ich überhaupt Sound? Ja, ja, ja. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, es sieht gut aus. Wir gucken mal drauf. Also, ich nehme ja gerade, wie gesagt, am Handy auf. Das, was ich normalerweise, also mit meinem Nubia, was ich normalerweise eigentlich nicht mache, weil ich meistens mein iPad nehme. Äh, ich habe nur einen Zeppelin. Nicht gut. Ich habe nur einen Zeppelin. Da müssen wir mal ein bisschen Vorarbeit leisten hier. Was jetzt der Plan ist? Kann ich ja mal eben verraten. Wir probieren jetzt erst einmal gleich die Klan-Burg zu holen. Ähm, nee, warte mal. Da außen geht das Ding hin. Äh, ja komm. Wir friseln mal da vorne. Adler-Dev. Oh, 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 oh. Nochmal. Ich möchte nämlich den Zeppelin unbedingt gleich noch setzen, weil es ja nicht verkehrt ist. Okay, jetzt werden wir zumindest schon mal die Klan-Burg holen. Nein, nicht pusten, bitte. Nicht pusten. Böser, böser, böser. So, da schon mal was drauf. Ich friseln noch einmal, bevor er nochmal pusten kann. Oh, wir kommen sogar durch. Wir kommen sogar durch bis zum Rathus. Wir haben schon 45% Gold. Ich habe nämlich in meinem Zeppelin, äh, was habe ich denn da drin? Eine Valkyre habe ich da drin? Ich habe da drin, äh, mal überlegen. Valkyre, zwei, nee, warte, eine Valkyre, zwei Yeti. So, ich muss mich echt mal ein bisschen umgewöhnen. Das ist so ungewohnt, so aufzunehmen. Ist unglaublich. Oh, der, der, der König, der, der König ist richtig gut am tanken. Der König ist richtig gut am tanken. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft schon mal. Yo, macht schon mal ruhig ein bisschen was weg. Wir haben ja noch Zeit. Ich denke mal, wir müssten so ungefähr auf 80% müssten wir auf jeden Fall noch kommen. So, König tank nochmal. Ich habe die Gladi schon mal gezündet. Das sieht schon mal gut aus. Königin ist noch dabei. Ja, kriegen wir hin. Ich denke mal, wir kriegen auf jeden Fall 80% hin. Die Königin ist jetzt noch dabei. Wird nicht geil, wenn sich die Königin jetzt auch noch ein bisschen was schnappen würde. Und ich muss jetzt... Warte, warte, jetzt ist sie gleich im Radius. Oh, jetzt ist sie, jetzt ist sie, jetzt ist sie, jetzt ist sie anvisiert. Wenn die sich jetzt die Adlerlef auch noch schnappt und dann vielleicht sich sogar noch den Feger schnappt, das wäre perfekt. 72, 73, schafft sie nicht mehr. Okay, mehr wird sie jetzt nicht mehr schaffen. Dann müssen wir ein bisschen umdisponieren. Dann lasse ich den Zeppelin von da oben fliegen. Der wird sich jetzt natürlich nochmal eben das Rad ausholen. Wo ist er denn? Da ist er. Ich meine, okay, da war eine Luftbombe. Er muss ja nur da drüber kommen jetzt. Ja, er wird ein bisschen weggepustet. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, er schafft es, er schafft es, er schafft es. Er wird es schaffen, er wird es schaffen und zack. Und das Rad aus ist jetzt gleich kaputt. Na, warum ist das Rad aus gleich kaputt? Selbst wenn er eine Tornado-Volle da hat, das ist vollkommen egal, weil die kleinen Fratzels ja trotzdem da drauf springen. Ja, und es ist weg. Leider haben wir die 80% nicht geschafft, was ein bisschen ärgerlich ist, aber wir haben 77%. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr solider Legend-League-Angriff. Ich will natürlich gleich auch noch einen machen. Ich habe nur leider keinen Trank mehr. Ich habe auch, glaube ich, nicht einen einzigen, äh, ich habe keine, ich habe keine, ich habe keine Medaillen mehr. Ich bin verwirrt heute, Leute, es tut mir leid. Ich bin heute verwirrt. Ich bin verwirrt, wir haben nur sechs Medaillen. Ich habe nichts zum Boosten, gar nichts. Das bedeutet, ja, wir müssen das so machen. Wir müssen ein paar Gems in die Hand nehmen, müssen wir eben boosten. Die, warte mal, die Belagungsmaschinen brauche ich nicht zu boosten. Da habe ich eh noch genug. Zauber. Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal Drachen, äh, Elektro-Drachen nehme, aber ich habe jetzt einfach nichts anderes, äh, mehr da gehabt. So. Was wir natürlich nur boosten müssen, Freunde, ist das? Ja, 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 wir gucken da ja auch noch weiter auf die weitere Geschichte dieser schönen Firma und dann reden wir auch noch, was, was hat das denn jetzt mit, was, also, sie packen das da rein. Und wir kennen Supercell. Wir kennen wirklich Supercell. Das hat was zu bedeuten. Sie würden das nicht reinbringen. Kommt was ins Spiel? Wird es vielleicht irgendwas zu kaufen geben? Ein spezielles, äh, Paket zum 10. Geburtstag von Supercell? Ein, weiß ich nicht, eine spezielle Deko? Oder vielleicht ein spezielles Gebäude? Oder vielleicht eine, äh, temporäre Truppe? Das sind alles so Fragen, die ich mir da stelle, die wir da beantworten müssen. Wir gucken uns dann den Angriff an und gucken dann mal, dass wir, äh, noch ein bisschen weiterreden. Wie ging es denn überhaupt weiter mit dem schönen, schönen Unternehmen Supercell? Bis gleich. Und ich brauche noch Truppen übrigens. Ich werde mir aber dieses Mal, äh, was anderes holen. Wir holen uns diesmal ein paar Loons da rein. Das ist mir sicherer. Dann nehmen wir das mal so mit und nehmen noch lieber einen Felsenwerdevermiet und dann bis gleich. Ja, das hier war ein Angriff, wo ich tatsächlich aus Versehen drei Sprungzauber eingepackt habe, statt drei Heilzaubern. Und ich dachte, dieser Angriff würde dadurch komplett in die Hose gehen. Was er allerdings gar nicht so getan hat, so. Ich dachte, er ging in die Hose, ist er aber nicht. So, wir können dann mal weiter drauf gucken eben, was denn da noch so passiert. Warte mal, ich hab die Klamourg-Apps gelockt. Bin ja schlau, aber es hat nicht funktioniert. Doch, 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 da unten. Da unten hat es schon mal geklappt. Ich muss mal gucken, dass ich das jetzt halbwegs gescheit euch zeige. Also. Clash of Clans, 2. August 2012 für iOS. 7. Oktober 2013 für Android. Ach, war das geil. War das geil. Ich weiß noch genau, als ich angefangen habe. Erstmal muss ich einen Schluck Kaffee trinken. Moment, hier der Mikro. Hm. Hab ich nämlich auch gelesen. Ähm, im WTF-Clan. Da haben einige geschrieben, äh, war Boom Beach nicht vor Clash of Clans da? Nein, Boom Beach kam am 26. März 2014. Also, äh, ja, im Endeffekt anderthalb Jahre nach Clash of Clans, nachdem es für iOS draußen war, kam Boom Beach für iOS und für Android. Dann kam Spooky Pop, hat sich natürlich, hat sich nicht durchgesetzt, hat sich nicht durchgesetzt, äh, 2014. Genauso wie Smashland 2015, hat sich auch nicht durchgesetzt. Dann kam, äh, Clash Royale. Am 4. Januar 2016 war der Soft Launch und am 14. Ähm, nee, warte mal. 4. Januar kam es, äh, als Soft Launch. Dann kam es am 16. Februar in weiteren Ländern, auch nochmal als Soft Launch. Und am 2. März gab es dann den globalen Release von Clash Royale. Royal Stars hat ziemlich lange gedauert. 14. Juni 2017 wurde es angekündigt. Danach war es im kanadischen App Store und Finnland und so weiter kamen dann irgendwann noch dazu. Äh, und am 12. Dezember 2018, anderthalb Jahre später, ja, wurde es dann endlich released und gibt es ja immer noch. Dann, 26. August 2019, Rush Wars und am 5. November 2019 wurde es schon für tot erklärt, beziehungsweise wurde gesagt, es wird nicht weiter fortgeführt. Und am 30. November 2019 wurde Rush Wars eingestellt und ich bekomme auch immer noch Fragen. Es bleibt eingestellt, es wird nie mehr wiederkommen, leider. Das neueste Spiel von Supercell ist Heyday Pop. Ich muss sagen, für, 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 äh, YouTube ist das nicht geeignet. Muss ich wirklich sagen, ich, ich, man kann es nicht aufnehmen. Es ist halt ein Puzzle-Spiel, es erinnert ziemlich an, äh, wie heißt denn das andere nochmal? Candy Crush. Genau, es erinnert ziemlich an Candy Crush. Und da muss ich sagen, es ist nicht geeignet zum Aufnehmen. Es ist ein gutes Spiel, klar, es macht Spaß, aber ich würde es jetzt nicht aufnehmen, weil es einfach nichts ist, was ich mir auch selber angucke. Das muss man auch dazu sagen. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, sie haben ja gesagt, Supercell, dass sie ja dieses Jahr zwei, drei Soft-Launches machen. Jetzt haben wir den ersten gehabt, am 16. März. Ich hoffe echt, es kommt irgendein geiles Spiel raus, was man auch wirklich mal geil aufnehmen kann. Es wäre so gut, ich würde mich so freuen, wenn das passiert. Dann wird's noch den Angriff sehen, wo ich, wie ihr das ja unschwer erkennen könnt, 99% leider geholt habe. Ich hab's nicht mehr ganz geschafft, noch den, äh, 100% Drei-Sterne-Angriff rauszukloppen. Wir brauchen noch Truppen. Die Helden brauchen auch noch, ich warte mal eben ab, und dann reden wir gleich noch weiter. Und worüber reden wir gleich noch? Natürlich, was das bedeuten könnte, dass wir jetzt diesen, 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 diesen Kuchen haben. Als Ladebildschirm. Zumindest bei Android. Bei iOS hab ich's jetzt noch nicht gesehen. Also, kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da und können auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Ich möchte eigentlich auch gleich gerne noch einen Nachtdorf-Angriff machen. Einfach nur für diese, warte mal, für die Saisonherausforderung nicht. Ich muss hier unbedingt noch ein paar Punkte sammeln. Äh, es ist natürlich wieder der Klassiker. Es ist nichts da, was man auch irgendwie benutzen kann. Es ist gar nichts da fürs Nachtdorf. Gar nichts. Null. Geil. Das läuft. Wir haben aber alles fertig. Also, es muss, ich, ich hab jetzt schon zweimal zwei Sterne geholt. Sehr solide. Diese Base werden wir auch knacken. Es ist, es ist, es ist, es ist im Endeffekt immer die gleiche Base, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Da hat er, okay, wir greifen definitiv von oben an. Warum greifen von oben an? Er hat die Clanburg da und die Adler-Dev. So, zack, 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 zack. Nein! Oh Mann, ey, da wird mich verknickt. Äh, jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Jetzt hab ich mich nochmal verklickt. Das war's. Das, das, das wird nicht gut ausgehen diesmal. Das wird dieses Mal nicht gut ausgehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das diesmal gut ausgeht. Ich hab mich leider extremst verklickt. Jetzt hab ich keinen Freeze mehr übrig. Wie viele Freeze hab ich da gerade verschwendet? Zwei? Drei? Oh, aber wir haben offen gesprengt. Okay, es wird trotzdem reichen. Es wird, es wird trotzdem reichen für zwei Sterne. Okay, das, das wissen wir jetzt schon. Das wissen wir jetzt schon, dass das reichen wird. Jetzt gehen wir nämlich, ja, da drauf. Oh, ne Falle. Ne Falle ohne Riesenbombe macht ne, macht meinem König natürlich gar nix. So. Denn, was ich jetzt noch übrig habe, ist meine Gladi. Und die Gladi brauchen wir noch. Ja, König, komm. König läuft jetzt einfach mal so einen riesigen Umweg. Königin muss ich zünden. Äh, was mach ich denn mit dem Gift? König läuft, ja, läuft nen riesigen Umweg. König läuft nen riesigen Umweg. Ist irgendwo noch ne Falle? Die ich benutzen kann. Ja, ja, mach die Luftabwehr. Ja, die Luftabwehr ist weg. Au, Single Inferno. Nicht gut. Single Inferno ist auf meiner Königin drauf. Nein, 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 nein. Lebt Königin, lebt, 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 lebt. Okay, sie lebt. Das läuft doch sogar. Obwohl ich am Anfang so viel Mist gebaut habe. Okay, jetzt machen wir eben die Gladi weg hier mit einer Vergiftung. Obwohl ich so viel Mist gebaut habe, sind wir schon wieder deutlich über 70%. Das ist schon mal gut. So, König lebt noch. König tankt bitte noch ein bisschen, ein bisschen länger. Oh, Königin, jetzt ist die Königin gleich weg. Jetzt ist die Königin gleich tot. Nein, lebt doch noch ein kleines bisschen. Okay, Königin ist weg. Gladi lebt noch. König lebt auch noch. Gladi, komm, komm, komm. Jetzt höre ich sie schon mal eben. Oh, das sieht gut aus. Das wären 100. Yeah, das wären sogar 100%. Das wären sogar 100. Die Gladi wird ganz knapp überleben. Ja, Gladi hat ganz knapp überlebt. König lebt noch. Äh, ein Elektrodach. Nein, 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 der Elektrodach ist weg. Okay, jetzt könnte es vielleicht nochmal eng werden. Je nachdem, wo vielleicht nur eine Falle ist. Aber wir haben schon 96%. Das sieht gut aus. Ja, dann haben wir doch gut zugeschlagen heute. Einmal zwei Sterne, einmal drei Sterne. Das kann so weitergehen. Ich weiß halt nicht, ob ich es durchziehe. In Legend, auch Bonus. Äh, wie sieht es denn aus? 100%, da fahrten wir 77% gehabt, da fahrte ich 97%, da fahrte ich 66%. Der Angriffs-Lock heute ist schon mal ganz ordentlich. Das sieht gut aus. So. Trübskis brauchen wir natürlich nur eben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Das passt auch alles soweit. Jetzt gehen wir einmal drüber. Ja, die Frage ist ja, was sagt uns dieser Kuchen? Ich bin mal echt so gespannt. Also, ich hoffe. Und das ist aber wirklich nur eine Hoffnung. Ich hoffe ganz stark, ja, dass quasi der Kuchen etwas zu bedeuten hat. Dass uns der Kuchen sagt, da kommt ein cooles Update auf uns zu. Das wäre natürlich richtig geil. Das ist einfach nicht ein Update, aber zumindest irgendwas wieder ins Spiel rein. Vielleicht eine temporäre Truppe oder vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie ein Spezialhindernis oder eine Spezialdeko oder irgendwie sowas. Was es dann in den Spiel rein schafft, wo man dann sagt, das wäre geil, das macht Spaß, das ist dem 10. Geburtstag von Supercell auf jeden Fall angemessen. So, jetzt kümmert euch mal bitte ab. Der Mega-Tesla ist weg. Boah, ich hab grad mal 27% geholt. Aber da außen ist auch noch ein Superpacker. Eine Superpacker, eine weibliche, komm. Der, äh, der, 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 der Zerschmetterer ist angeschlagen. Ich bin schon ganz verwirrt. Die laufen allerdings gerade nicht gut. Okay, jetzt nochmal zünden. Der soll unbedingt dreimal drauf. Schlag eins, zwei, drei. Schaffen wir nicht. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber immerhin reicht es für einen Stern. Was macht unser Gegner denn, bitte, was macht er, er gewinnt. Ja, ganz knapp. Ärgerlich. Ah, ganz knapp hat er gewonnen. Aber okay. Ach, wurde er auch resettet. Stimmt. Im Nachtdorf wurde es ja auch resettet. Wir fragen nochmal eben an. Ich find's ein bisschen schade, dass hier einfach mal jetzt gar keine Nachtdorf-Aufgabe ist. Aber so gar keine. Was soll ich damit machen? Nachtdorf war eigentlich immer gut für sowas, für solche Aufgaben. Aber okay. Wir sind am Ende von dieser Episode. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was könnte dieser ominöse, mysteriöse Kuchen denn für das Spiel bedeuten? Vielleicht für alle Supercell-Spiele. Also nicht nur für Clash of Clans, natürlich auch für Heyday, für Boom Beach, für Clash Royale und für Brawl Stars. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020